Guck mal, bis der mit in die Luft ist, eventuell wegen Drohne. Der ist ja nicht im Krankenhaus, der muss irgendwo unten sein. Das geht auf Supernova, auf West. Ja frag mal, ob die uns beschützen jetzt mal, wir haben ja echt ein Problem. Ja du, wir werden hier angegriffen, in der Ruhe. Wir machen hier was in Ruhe, die greifen uns an, was sonst. Müssen echt mal diesen Hausmeister raubmachen, ey. Das wird echt wüssten. Muss ich den Admitz gleich nochmal vorstellen. Das ist überhaupt Doppelform, nicht als Trolling gezählt. Ruhe, 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 Ruhe. Ich hab hier glaube ich Steps gehört. Ja. Ja, der wird jetzt aussteigen gegangen kommen wahrscheinlich. Medic, Hummingbird startet. Ja, ich warte schon. Der kommt zu Ost. Der fährt zu Ost, ja. Ja, er kommt. In aller Mut. Da startet was. Ja, Hummingbird von Medic. Hat er jetzt Sirene auch gemacht? Es schießt. Einer weg. Wo denn? Siehst du noch einen? Ich weiß nicht, zwei, drei hab ich. Drei Leute. Timer, Timer, Timer. Aus zwei, 27 Sekunden. 45, um drei. Drei Stunden exakt. Drei Stunden exakt. Timer läuft. Der Ace is real. Schuss. Mk1 aus Richtung Telos. Nein, Mk18. Aus dem Süden kommt auch was rein. Ich hab jetzt, ich hab jetzt am Eingang Ost gestanden und hab um die Ecke geguckt. Das wird ja wohl erlaubt sein, oder? Ja, sicher. Wer hat geschossen? LLR schossen. LLR schossen. Auch mich. Auch mich. Bahn geschossen, ihr könnt umlagern. Bin dabei. So angeteilt sind. 163 Goldbar. 163 Goldbar. 163 Goldbar. Kriegen wir nicht alle raus, dafür bräuchten wir fünf Helmet-Box. Ja, alle Inventar voll, alle Helmet-Trim, alle Dings voll, fertig. Also, West ist erstaunlich ruhig. Wir fahren erst mit den Ifritz raus, ja. Also, die Kills die ich geholt hab, das waren die Leute aus dem Süd-Hunter. Also, wir können ja auch dreist sein und einige bleiben hier. Zwei Ifritz fahren raus, holen mehr Tempest und wir laden den Rest auch noch rein. So ist das Problem. Ja, wie sieht's denn aus? Ich hab eine Kopplimo im Osten. Oben auf einem Berg.